Also entweder war doch Ihr Satz von damals falsch, oder ist es das, was Scholz jetzt tut, ist falsch. Die Lage 2017, glaube ich, war nicht so, dass Russland die Ukraine angegriffen hat. Man muss Politik auch aus einer, man muss auch aus einer, Entschuldigung, die Lage 2017, die Lage 2017 war einer, wir wollten das nicht sehen, Herr Schulz, ist die Wahrheit, da sind 14.000 Menschen gestorben. Die Lage 2017 war eine andere. Okay. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020